So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, ein neues Infovideo zu einem Event, was jetzt schon vor ein paar Tagen angekündigt wurde, aber weil ich ja Raid am Mittwoch raushauen wollte, eigentlich am Mittwoch, dann am Donnerstag, dann am Freitag und dann hat es sich ewig geschoben, weil ich dachte, es wird nichts mehr, also heben wir uns das Infovideo auf für Montag, dann ist wenigstens der Sea Day auch vorbei, dann ist das Wochenende rum, ihr könnt ein bisschen wieder Kraft sammeln und vielleicht Infos aufnehmen, denn es ist dazwischen, sind ja ein oder zwei andere Events noch, zu denen es ja eh schon Infovideos gab und jetzt ist dazu auch noch Infovideo da, obwohl das hier gefühlt drei Wochen hin ist, ich weiß nicht, wieso man das so extrem immer ankündigen muss und sie dann halt zehn Blogposts am Tag da rausballern, das müsste das letzte Event sein im September, wo dann eben auch Sackjahren kommt und das erste Mal Shiny verfügbar ist, also beim nächsten Raid Boss Wechsel am Samstag hat der Raid Boss, ist aber erst gewechselt von Kyokre auf Groudon, also Gudrun und deswegen haben wir jetzt eigentlich Zeit, fast zwei Wochen erstmal Groudon zu genießen, bis dann das Sackjahren kommt. Hier ist noch ein geiler Smogmog drauf, da gibt es auch eine Besonderheit, aber die werde ich euch gleich noch vorlesen. Legendäre Helden, also oben steht erstmal, wählt euren Pfad beim Event, legendäre Helden, das klingt auf jeden Fall cool, alles was Legenden sind, legendäre Pokémon, mag ich, Helden, was ist euer Lieblings-Marvel-Superheld, Spider-Man fällt mir da ein, was habt ihr so? Schreibt es mir in die Kommentare, legendäre Helden, das Event vom Donnerstag, den 26. September, heute ist es 16, es sind also noch 10 Tage, 10 Uhr, bis Dienstag, der 1. Oktober, also Donnerstag bis Dienstag, 26. September bis 1. Oktober. Halbierte Sternenstaubkosten für Spezialtausche, ok, wenn man jetzt legendäre tauschen will und statt einer Million kostet es nur 500.000, das ist auf jeden Fall sehr lukrativ, Smogon kann zu Gala Smogmog entwickelt werden, das ist cool, denn Gala Smogmog gab es eigentlich, meines Wissens Schatzes nach, nur in Raids bisher und auch nicht immer, nur selten mal und man hatte eben die Möglichkeit, diesen besonderen Schornstein, der dann so bräunlich wird, in der Shiny-Farbe zu bekommen, man musste viel raiden, jetzt hätte man aber die Möglichkeit, wenn man einen Shiny Smogon hat, was man vielleicht, weil es halt viel länger und besser und wilder gibt, entwickelt, zu einem Gala Smogmog, sich einen Shiny Gala Smogmog so zu sichern oder eben ein Hunderter, was man da früher hätte alles für raiden müssen, wie ewig, um einen Hunderter und einen Shiny zu kriegen und jetzt nimmst du einfach die wilden Teile, entwickelst sie durch, das finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache, ihr seht, ihr braucht nur Geduld, irgendwann kriegt ihr alles, gibt es alles oder andere Wege da ranzukommen Die halbierten Sternstaubkosten finde ich jetzt etwas komisch, weil es steht nichts davon, dass man mehr Spezialtrades machen kann Das heißt, man kann nur einen machen und dieser eine kostet dann halt weniger im Event, also für dieses Event, wenn es schon darum geht, weniger Kosten zu haben, hätte ich auch gesagt, 5 Spezialtrades pro Tag Das wäre für das Event vielleicht auch noch gut gewesen Befristete Forschung, Schwert oder Schild, die ist kostenlos für alle Eine kostenlose, verzweigte, befristete Forschung Als Belohnung gibt es Items, EP, Staub, Begegnungen mit Event-Pokémon, die sich nach deinem gewählten Pfad unterscheiden Ihr könnt also unterscheiden, seid ihr Team Schwert, seid ihr Team Schild Je nachdem bekommt man dann, was, am Ende Sackjahn oder Samasen da raus Aber hier ist doch nur das Sackjahn aufgetreten Man geht jetzt schon davon aus natürlich, wenn jetzt also unser Sackjahn da ist in den Raids Dass im Oktober der nächste Raidboss dann wohl Samasen da sein wird, der dann auch als Shiny eingeführt wird Oder hat diese Forschung nichts mit den Legendären zu tun, sondern es geht nur um bestimmte kleinere Pokémon Dass ihr weiterhin Sackjahn und Samasen da aber aus den Raids ziehen müsst und nicht am Ende dieser Forschung kriegt Aber einmal hätten sie die euch am Ende ruhig reinhauen können, was jetzt hier aufgelistet ist Rauchbegegnungen Euer gewählter Pfad bestimmt außerdem, welche Sammlerherausforderungen ihr erhaltet Welche Pokémon während des Events durch Rauch angelockt werden Schwertschild, das ist unterschiedlich Ich habe in letzter Zeit so gut wie kein Rauch benutzt Rauch benutze ich, wenn dann mal am Sea Day Wenn man sich für Schwert entscheidet, bekommt man aus dem Rauch dann Samurzel Zurukex, Molimorba, Capuno, Flauschling, Quarter Mag Können alle Shiny sein, wie ich es sehe Weil vorher ist ja der Quest Day, wo Quarter Mag eingeführt wird Und, ja, was wäre jetzt mein Highlight? Samurzel finde ich hässlich Hat auch ein Sea Day gehabt, ist aber gut in der GBL Zurukex ist auch hässlich, aber ist auch gut für die GBL Molimorba ist sowieso hässlich, aber ich glaube, das ist nicht mal was für die GBL Capuno finde ich gut, ist richtig cool, auch als Shiny, hat aber auch Sea Day gehabt Aber das ist ein Highlight für mich Flauschling Sage ich nichts zu, wir enthalten uns Quarter Mag ist richtig cool, ist ja neu als Shiny da Vielleicht wäre also im Event kein Quarter Mag kriegt Also bei dem Feldforschungstag Beim begrenzten Forschungstag Vielleicht hier, obwohl der im Event ja geboostet ist Capuno Quarter Mag finde ich beide cool, obwohl Capuno das einzige ist, was ich irgendwie nützlich einschätze, da ich kein GBL Spieler bin Was gibt's denn bei Schild im Rauch? Lavita Oh mein Gott, Schild hat gewonnen Brauchen wir uns nichts vormachen Also Lavita am Start Lavita brauchst du eigentlich immer Unlichtangreifer Gesteinsangreifer Mega Entwicklung Einfach cool Loturzel Wahrscheinlich habe ich Loturzel, Samurzel verwechseln Nein, Loturzel ist das Platte, okay Was dann halt Also Loturzel, nee, brauche ich auch nicht Klibunge Monozyto, Pafi, Kommandutan Ich würde wohl, wahrscheinlich, wenn ich mich zwischen Schwert und Schild entscheiden müsste, Schwert nehmen Weil ich finde diese Kombination Ich finde Quarter Mag cooler als Kommandutan Das ist für mich wahrscheinlich der entscheidende Punkt Und weil Quarter Mag eben halt neu als Shiny eingeführt wird, dann demnächst Finde ich ist das der springende Punkt für mich Plus Capuno als nützliches Pokémon Lavita auch nützlich, aber Lavita hat man gefühlt schon mehr Chancen gehabt dann Und ja, habe ich einfach mehr Ich habe mehr Lavita als Capuno Deswegen würde ich Capuno, Quarter Mag für Schwert mich entscheiden Welchen Pfad würdet ihr nehmen, schreibt es mal rein Es gibt natürlich auch wilde Pokémon Galapunita hat man jetzt erst den C-Day Smogon, Galaflampion, Chimpep, Hopplo, Memeion, Raffel Also die ganzen Galastarter sind wieder am Start, die man jetzt auch hat Ein Raffel ist dann wieder da Wolli steht nix bei Und Raids Mit etwas Glück könnt ihr zum ersten Mal schillernden Sackjahn begegnen Ja okay, Raids Stufe 1, Galapunita Wer sowas macht, ich weiß es nicht Galaflampion, ja gibt es ja auch wild, würde ich auch nicht machen Viscora Miniras Viscora hatte auch sein C-Day Miniras in Stufe 1er Raids, was Shiny sein kann Oder wer noch Bonbons braucht Gezielter drauf gehen Weil das ja sonst auch etwas seltener erscheint Raids Stufe 3 Tortunator und Senlong Tortunator kriegt man auch in letzter Zeit viel mehr Auch aus Eiern hinterhergeworfen Feldforschungen ansonsten nur in Raids verfügbar Aber schon länger drin Senlong ist für manchen nochmal ein Highlight Der war bisher einmal da Der Shiny sein konnte Wer da noch eins braucht unbedingt Kann sich da bedienen Aber mein Hauptaugenmerk wird natürlich auf Raids der Stufe 5 Sackjahn gehen Einfach um ein paar Exemplare zu sammeln Der ist auch immer gutes Tauschmaterial Der ist neu als Shiny dann drin Also ist das mein Highlight Mega Raids, Mega Gaddevar Ist auf jeden Fall auch nützlich Ist stark Aber ich habe mein Mega Gaddevar schon Mega Level 3 Brauche also keine Energie mehr Und würde mich komplett auf den Sackjahn stürzen Sammler Herausforderungen Es wird wieder Sammler Herausforderungen geben Gibt es dann auch wieder EP Ihr begegnet Event-Pokémon Der Pfad bestimmt Welche Herausforderungen ihr bekommt Welchen Pokémon ihr begegnet Was ihr fangen müsst Ich denke mal Die, die im Rauch so ungefähr dastehen Die musst du vielleicht dann auch fangen Das halt dein Rauch bestimmt Du musst rauchen Und dann kriegst du das Belohnungen für Feldforschungen Hier gibt es auch wieder Sonderbonbons Staubegegnungen mit Galafleckmon Pokémon Webstore gibt es was Und Pokestop Showcases Das finde ich gut Da zieht man sich immer mal Ein Logmodul raus Oder ein Glücksei Oder ein Sternstück Oder sowas Wer da regelmäßig mitmacht Ähm Das war's Das war's Kein Keine Keine Forschung Kein Ticket Es gibt nur eine Kostenlose Befristete Forschung Es gibt aber kein Event-Ticket Das heißt für mich Ich muss mal kein Video machen Ich habe mal frei Ich kann mal die Füße hochlegen Außer halt meinen Sakyan Community Raid Vielleicht Sakyan Raids Für Zuschauer So Welchen Pfad werdet ihr wählen Ich werde den Schwertpfad wählen Das muss ich mir nur merken Und wenn ich es vergesse Habe ich den anderen Und dann ist das auch nicht schlimm Aber guck mal Sakyan ist ja auch Das Maskottchen Für diesen Monat Habt ihr gewählt Deswegen würde ich sagen War es das von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis ein Peace out vorhaut Euer Ramses Bis zum nächsten Mal